wir haben sturm frei jetzt geht's los chat hose runter beide bereit jetzt beginnt die andere zeit ich habe jetzt sturm frei also sturm frei bedeutet eigentlich dass jemand gegangen ist akubio oder ist bei dir heute verkehrt herum tag okay kann ja sein dass bei dir verkehrt herum tag heute weiß das ja nicht so genau ich habe mich gehört alles ist egal ich würde mich ich höre mir auch nicht mehr zu ich höre mir auch nicht mehr zu man kann ja mal fragen natürlich ist ja auch eine antwort man bekommt ja auch eine antwort du bist so eine tolle sängerin hey irgendwie ist das schön so ruhig alles ist grün stimme eines engels ich habe letztens die e mail gekriegt haben gefragt ob ich zu einem contest komme für den beschissensten jährige sänger auf twitch habe ich gesagt nee sorry aber hättest du mich eingeladen bei den besten sängern von twitch wäre ich gekommen aber so get right morgen ich grüße sie übrigens mein ops paket wurde schon abgeschickt das heißt könnte eventuell morgen kommen noch nicht genug pillen Felix ey sag mal sie haben wir eigentlich genug pillen haben wir genug pillen so klein moment ob ich mal kurz in der nase ja die base von methodes hat nehmen moteles habe ich noch nichts gehört die sind noch an der fertigung wahrscheinlich wird die neue bild kommt das paket von alternate ist auch da das können wir nächste woche auch wegschicken das retour für trust masters auch schon fertig oder die retour für das master ist fertig also es läuft es läuft es geht voran am samstag kommt horny sein paket mit dem das wir nur gucken ob vielleicht methodes nächste woche das schon abschicken kann aber ich denke ich gehe mal fast davon aus die werden super viel zu tun haben wir gucken uns gerade einfach nur die natur und genießen das schon ein bisschen ehrlich ganz entspannt wir haben zeit niemand drängelt uns ich bin morgen bringe ich auch schon was weg ich bin morgen schon das wasser ding weg krieg ich da zumindest erst mal mein geld wieder muss ich also mit alternate muss hier einen termin vereinbaren also weil die das ja von hier abholen kommen muss ich ja nicht weg bringen das holen die ja da muss ich erst noch beim kunden so fortschreiten rutsch doch mal aber es geht voran der hauptsache das wichtigste was mich am meisten freuen würde ist wenn nächste woche das weg kommen würde das wäre schön hey da fireflies das ist gut ein zeichen der fireflies ich gehe zu fuß ich bin noch jung schöne grafik das game ist schon sechs jahre alt mittlerweile hat sich gut gehalten auf jeden fall der last of us ist sehr sehr gut gealtert aber bei playstation spielen ist meistens also ich sag mal so es gibt wenige exklusiv titel von der playstation wo man enttäuscht wird also die playstation hat schon die ist schon sehr sehr gut was exklusiv titel angehen hier geht's nicht glaube ich kein sprich ist connect generator wenn du auch ah ja die pillen Ich freu mich sehr auf morgen, muss ich sagen. Auf The Last of Us 2. Ich muss mal gucken, ob ich nachher einkaufen kann. Also, ob ich das kaufen kann und dann schon downloaden. Aber ich glaube, ich muss noch ich muss noch Guthaben aufladen auf meiner Playstation. Ich habe nämlich keins mehr drauf. Ich höre alle drei Minuten was von Pillen. Ey, das ist Phönix seine Schuld, nicht meine. Phönix hat... Phönix ist hier der Pillen-Bagger. Ich habe damit nichts am Hut. Ich stehe! Ich stehe! Oh, verdammt! Sporen! Ich stehe! Ich stehe! Ich stehe! Ich stehe! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja! ja und wir müssen sie an müssen hindurch und das Lopper okay ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Julio Nee, ich möchte gerne einen Teamstein Gut, 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 gut Ob das so eine clevere Idee ist? Scheinbar schon Scheinbar ist das eine clevere Idee Hallo? Zimmerinspektion, haben sie Drogen? Alkohol? Fußcreme? Hab ich mit der Blenden? Üstelig? Milch? Käse? Sandwich-Toaster? Irgendwelche Elektrogeräte? Pillen? Haben sie Pillen? Sind auf der Suche nach Pillen Wir brauchen Pillen Ich hab schon halbe Weltreise gemacht, nur um den Generator anzumachen Ja, ja, ja Infizierte, mir geht's gut Ja, Elli I do, I do So, reich mal an hier die Leine So, reich mal an hier die Leine Die Klicker Waren das Fireflies? Nein Nein, ich glaube nicht Wow Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung, vielleicht machen sie das auch Ja, das verstehe ich Ja, das verstehe ich Das verstehe ich Ich bin in der Fall Keine Wache Kein gar nichts Ja Langsam sollten wir jemanden treffen Gehen wir rein Schell mal, alles absuchen. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Hier. Nein, zumindest nicht als Student. Ist die Frau nicht gestorben? Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, die Frau ist gestorben. Also Joel, seine Frau? Das sollten wir. Joel, seine. Joel, seine Frau. Das wurde nicht wirklich erwähnt. Ich habe auch gerade überlegt. Aber meistens ist, wenn jemand nicht darüber reden will, jemand gestorben. Naja. Oder wir machen es ganz simpel, sie hat sich einfach getrennt. Weil Joel war nämlich ein Rowdy zu seiner Zeit. Ich sage es euch. Joel, seine wilden Zeiten, er war ein Rowdy. Er war so ein richtiger Arsch. Hey, wie wärs da drüben? Ja, scheint der Eingang zu sein. Wo muss ich auch noch an? Strom ist an! Jo, mein Rockstar. Oh. Zugerostet. Hier kommen wir nicht durch. Vielleicht kommen wir rüber. Maga, willst du mich verarschen? Hier ist eine Kette. Wie zugerostet. Maga, da ist eine Kette, du Eiwe. Wo bin ich jetzt hin? Ich habe einen E.D. Der Sound, ey. Hoffentlich rollt die Tonne immer noch schön gemütlich aus. Kein Krabumms, kein Peng, nix. Das war eine Ninja-Tonne. Niemand hat was gehört. Wow, die haben ja sogar Solarenergie hier. Wow. Hochmodern. Wäre nur noch schöner gewesen, wenn sie ihn mitgezogen hätte. Ja. Weil sie auf die Fresse gelegt hätte. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na, bitte. Hey, Lombard, wir haben wollen. Danke. Sehen wir uns um. No, klar. Hallo. Wo sind wir? Hallo. Anyone home? Also Licht ist an. Home läuft. Ganz normale Uni in Deutschland. Wieso, weil keiner da ist. Ich hab's gestern Abend im Polylux gesehen. Und ich hab das in der Instagram-Story gepackt. Und ich fand's erschreckend. Erschreckend, wie viele Leute mir erzählt haben, dass sie immer noch ein Polylux in der Schule haben. Bildung ist echt teuer. Hier müsste es doch ganz gut gehen. Kein Witz. Bildung ist für Fluch teuer. Und ich rede nicht von der Bild-Zeitung. Ja, das ist gut. Juhu. Feiert nice. Euer Heilmittel ist hier. Ist da wer? Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Juhu. Euer Heilmittel ist da. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gleich töten. Hallo? Bei mir in der Schulzeit gab's noch die gute alte Tafel, Alter. Die gibt's heute auch noch. Na bitte. Oh! Stufe 4! Molitow wurde verbessert. Oh ja! Und hier sind noch ein paar Pillen! Geil! Das ist wie Taschentücher. Tempo ist ja... Taschentücher nennt ja auch jeder Tempo. Ein C-Wahr ist halt C-Wahr, ne? Stimmt, ja. Oh! Ey! Wenn der's Phönix sieht. Eieiei, ich hab fünf Pillen vergessen. Dann kriegst du ja aber gleich wieder, äh... Alarm im Darm! Okay, dann mal los! So! Ich benutze den Bogen, ich meine nicht häufig, aber... Reichweite. Reichweite. Schaden. Oh! Das wird uns helfen. Das wird uns sehr helfen. So, Elli-Schmelli. Dann mal los. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Mhm. Bleib in meiner Nähe und sie läuft erstmal los. Yay! 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 Hey, watch out, na moin! Elli, warten doch auf mich! Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Oh, ey! Die hat irgendeiner Bier gesoffen bei der Arbeit. Kannst du nicht aussehen, die Scheiße, du. Im Labor! Muss eine deutsche Uni sein. Muss eine deutsche Uni sein. Ich tue mal einen Stein zurück. Ich tue mal einen Stein zurück. Oh, sieh gut in Pen. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020